Du hast mit Simracing angefangen und fragst dich, wie die Leute ihre DIY-Projekte umsetzen bzw. ihre Telemetrie auslesen bzw. ihr ganzes Hardware-Gedöns, was sie am Rig haben, customisen? Dann schaust du dir jetzt das Video an. Moinsen, Freunde der Sonne! Der ein oder andere, der neu im Simracing ist, wird sich wahrscheinlich fragen, wie man so einige Dinge umsetzen kann bzw. Hardware ansprechen kann bzw. für sich selber an seinem Rig customisen kann. Und dazu gibt es ein sehr, 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 sehr mächtiges Tool und das nennt sich Simhub. Simhub ist eine Schnittstelle zwischen den Rennspielen bzw. Simulationen und deiner Hardware. Und alles hierzwischen kann in den meisten Fällen von Simhub angesteuert werden. Und Simhub bietet dir die Möglichkeiten, ganz, 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 ganz viele Dinge umzusetzen. Von Dashboards zu erstellen, wofür du nicht unbedingt nur Hardware brauchst, diese auch als Overlay nutzen kannst. Du kannst alles, was ansprechbar ist an Hardware und mit Simhub gemeinsam funktioniert, customisen auf deine Bedürfnisse. Du kannst dort Buttkicker beispielsweise ansprechen und vieles, vieles, vieles mehr. Wozu brauchst du jetzt also Simhub und warum solltest du dir das installieren? Für meine Anwendungszwecke möchte ich dir ganz kurz mal zeigen, wofür ich Simhub nutze. Wenn wir uns jetzt also mal in das Programm reinbewegen, dann möchte ich dir hier oben im Devices-Tab meine ganzen Geräte zeigen, die ich hier drinne habe bzw. mal drinne gehabt habe. Und wie du siehst, haben wir hier allerhand Lenkräder drinne, das ist das Cube Controls, was ich jetzt aktuell benutze. Und das nehmen wir jetzt mal hier als Beispiel. Und ich habe allerhand Möglichkeiten dort die LEDs einzustellen und die können allerhand wunderschöne Dinge machen. Und das heißt nicht nur farblich leuchten oder dir irgendeine Farbe wiedergeben für deinen Geschmack. Ne, die haben auch noch eine Funktion. Wenn wir jetzt also hier beispielsweise mal in mein Profil reingucken, dann habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie ich eine Startsequenz gemacht habe. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise meinen Starter drücken würde, dann würde hier allerhand Zeug passieren. Oder wenn jetzt beispielsweise auf der linken Seite ein Spotter wäre, würde hier die ganze linke Seite von meinem Lenkrad leuchten. Und das habe ich alles mit Simhub realisiert, weil ich dieses Lenkrad hier integrieren konnte. Nehmen wir mal mein Alphatec Racing Dashboard. Das kann man sich hier auch angucken. Dort habe ich beispielsweise das Lovely Dash drinne, weil man kann sehr viele Dashboards auswählen. Wenn wir jetzt hier mal draufdrücken, können wir hier sehen, dass da allerhand Zeug drinne ist, was du benutzen kannst. Dann zeige ich dir jetzt auch gleich nochmal, was du für schöne Sachen damit machen kannst. Aber bei mir ist es halt das Lovely Dash, was hier dran ist. Oder ich benutze das Pure Sim Rallye WRC, wenn ich Rallye fahren sollte und habe damit auch mein Dashboard fertig gemacht. Das Ganze geht aber auch für die LEDs. Du kannst jetzt hier auch deine ganzen Profile wieder so einstellen, wie ich eben gerade schon erklärt habe, für das Wheel. Die Möglichkeit hast du auch. Das kannst du in dem Video, was ich dazu erstellt habe, dir ansehen, was ich hier auf dem Lenkrad drauf habe. Und dann hättest du die Möglichkeit auch einfach nur ganz normale Bildschirme anzusprechen, wie Vokor beispielsweise. Ich habe jetzt bei mir selber, habe ich mir einen gekauft, weil ich mir selber gerade was zusammenbaue. Dazu wird es dann später nochmal ein Video geben, da zeige ich euch das. Und das ist hier erstmal nur, sind nur die einfachen Dinge. Wenn wir jetzt beispielsweise mal gucken, was wir mit den Bassshakern machen können, die ich ja selber auch benutze. Dazu könnt ihr auch ein Video sehen. Werdet ihr sehr schnell feststellen, dass dieses Tool noch viel, viel mächtiger ist. Und das, was ich euch jetzt hier zeige, ist wirklich wahrlich nur die Oberfläche. Also falls du anfängst mit Sim Racing und du gehst hier rein, du öffnest die Büchse der Pandora. Das heißt also, wenn wir jetzt hier in die Buttkicker gucken, das ist auch bekannt aus dem Video zu den Buttkickern. Hier ist alles mögliche eingestellt von den Effekten bis hin zu welcher Lautsprecher gibt was wieder, wie stark sind die Effekte, welche Frequenzen werden angesprochen. Du kannst das Ganze hier auch testen und damit ausprobieren und rumprobieren. Und auch das ist nur die Oberfläche. Wenn wir jetzt beispielsweise mal in Arduino reingehen, dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, ganz viele andere Dinge noch anzusprechen. Ihr werdet bestimmt schon mal RGB-Matrixes. Matrixes, ja. Die Mehrzahl von Matrix. Ich besitze ja hier auch zwei Stück, die hier oben hängen und auch hier an der Seite habe ich eine. Und wenn ich jetzt mal hier beispielsweise reingehen würde, dann siehst du auch hier ist wieder ganz viel Zeug drin, was eingestellt wurde. Wie beispielsweise die Ganganzeige oder meine Flex. Wenn jetzt auf der Strecke eine gelbe Flagge sein sollte, dann zeig dir die gelbe Flagge an. Wenn du jetzt beispielsweise, bei mir ist hier eine Matrix zum Schalten, dann kannst du dort die Gänge einstellen und dass er die Reflights wiedergibt, wann du schalten sollst. Oder du kannst den Spotter noch einstellen, dass du siehst, ob ein Auto links ist oder ob ein Auto rechts ist. Also du siehst, die Möglichkeiten, deine Hardware zu customisen, ist unendlich. Dieses Tool gibt dir so viele Möglichkeiten und ist so mächtig. Eine Kleinigkeit würde ich dir jetzt hier an der Stelle nochmal zeigen. Weil es gibt ja Menschen, die nicht unbedingt so viel Zeug hier rumhängen haben und das alles zu Hause haben. Und ihr möchtet jetzt vielleicht für euch ein Overlay ins Spiel reinholen, beziehungsweise möchtet ihr auch so ein Dashboard haben, weil ihr sitzt im Auto ziemlich hoch und dann seht ihr das Dashboard vom Auto nicht mehr. Da könntest du beispielsweise hier reingehen und du siehst ja jetzt hier das Lovely Dash und dann könntest du hier auf More Options gehen. Und dann könntest du das Ganze zum Beispiel an deinen OBS senden. Wenn du jetzt Content Creator bist oder du nimmst Videos auf, kannst du von hier dort den Link hinschicken und dir das anzeigen lassen. Du hast aber auch die Möglichkeit, das ganze Ding einfach mal hier vorne auf dem Play-Button zu starten. Und dann kannst du hier gerade sehen, du hast die Möglichkeit, das auf den ganzen Geräten auszugeben, die jetzt bei mir sind. Beispielsweise jetzt hier mein Dashboard oder mein EID. Da kannst du das auch machen. Du könntest das Ganze sogar auf ein Telefon senden. Und das funktioniert dann ziemlich simpel, indem du hier ein neues Telefon einrichtest und das Ganze dann noch wegschickst an dein Telefon. Dann könntest du hier, wenn du ein altes noch rumliegen hast, dir hier vorne ein Telefon als Dashboard hinmachen. Du könntest das Ganze aber auch einfach, wenn du Bock hast, in Windows starten. Und dann geht das Ganze hier auf und dann kannst du dir das so hoch und groß und klein ziehen, wie du willst. Und dir das hier irgendwo auf deinem Bildschirm hinmachen, das Ganze anpappen und dann bist du fertig. Dann hättest du beispielsweise auch ein Dashboard, ohne ein physisches Dashboard zu haben. Und das ist für mich persönlich ein sehr großer Gamechanger, denn ich hatte damals, als ich angefangen habe mit Fahren, war mein Dashboard immer unten am Bildschirmrand und ich habe immer nur ein Viertel gesehen. Und ein Dashboard ist schon gar nicht mal so unwichtig, dass man ein paar Informationen auf einem Haufen hat. Und so könntest du das zum Beispiel umsetzen. Und es gibt für SimHub so viele Dashboards in Foren, wo Leute was fertig gemacht haben. Lovely Dash ist jetzt ein sehr bekanntes, würde ich mal behaupten, in der SimRacing-Szene. Und dort findet ihr sehr viele unterschiedliche Versionen auch von. Wenn wir uns jetzt mal die Dashboards von Lovely Dash hier ansehen, du kannst hier in der kleinen Version durchschalten. Da gibt es noch eine große Version, da gibt es noch eine XXL-Version, da gibt es noch eine Ranking-Version. Also von Lovely Dash gibt es wirklich eine Menge und das wird auch sehr, 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 sehr gut gepflegt. Dazu packe ich euch auch mal den Link unten rein, falls ihr das Ganze auch benutzen wollt. Kommen wir aber mal zu einer Kleinigkeit, von der nicht so viele Leute sprechen. Und das sind die Car-Settings. Was kann man denn jetzt in den Car-Settings machen? Wir kennen das alle. Wir gehen ein bisschen tiefer rein, wir sammeln ein bisschen mehr Informationen. Und dann stellt sich irgendwann raus, dass an unserem Lenkrad nicht zum richtigen Zeitpunkt die Reflights leuchten zum Schalten. Und dann denkt man sich immer so, hm, das finde ich jetzt aber nicht so geil. Habe ich denn die Möglichkeit, das zu ändern? Und du hast die Möglichkeit, das zu ändern. Du hast die Möglichkeit, hier reinzugehen und alle Fahrzeuge, die bekannt sind von Simhub, und das war bis jetzt bei mir ACC und auch iRacing, konnte ich alle Autos customisen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise auf den Ferrari gehe, weil den Ferrari habe ich schon angepasst, dann habe ich das Global Car Redline, also RPM, geändert auf 7.485, was der optimale Wert ist zum Schalten. Das heißt also, ich mache hier einen Haken rein, dann stelle ich dort die Zahl ein, die das Optimum ist. Das heißt, beispielsweise bei Mercedes GT3, haltet man ja immer ein bisschen unter den Reflights, also ein bisschen drunter, um ein bisschen Sprit zu sparen, also es war ein ACC so. Und dann könntest du jetzt beispielsweise für dich, wenn du nicht immer auf dem Bildschirm starren willst, könntest du hier reingehen, könntest du dir den Mercedes suchen, und dann könntest du das Ganze hier anpassen. Sagen wir mal, dir würden 7.150 wäre dir zu viel, du würdest noch ein bisschen mehr Sprit sparen, oder aus welchen Gründen auch immer früher schalten, könntest du hier einfach hingehen und könntest den Wert ändern. Und dann hast du das geändert. Und das Coole an der ganzen Sache ist, das kannst du für jedes Auto machen, für jede SIM, die hier eingelesen wird. Du könntest jetzt hier bei den General Settings auch noch ein bisschen was ändern. Du könntest halt beispielsweise dir Tasten auf dein Lenkrad legen, oder auf die Buttonbox, wenn du da Bock drauf hast, und könntest das Ganze auch so noch anpassen, ohne hier reingehen zu müssen. Also du stellst schon langsam fest, wie mächtig SIM-Hub eigentlich ist. Und dieses Video dient auch nicht als Tutorial, sondern nur, um dir mal zu zeigen, was für Möglichkeiten du hast mit SIM-Hub und warum SIM-Hub eigentlich genutzt werden sollte. Ich persönlich finde es schade, dass nicht alles in SIM-Hub integriert ist. Es gibt auch leider Hersteller, die sich diesbezüglich noch nicht geöffnet haben. Moza zum Beispiel oder auch Sim-Magic, die sind noch so ein bisschen verschlossen in ihrem Ecosystem. Ich hoffe, dass das nochmal irgendwann geändert wird. Da möchte ich euch dann gleich nochmal darauf hinweisen, das kann natürlich auch der Fall sein. Jetzt möchte ich dir noch was ganz Kleines zeigen, was ich sehr, sehr mächtig finde und was mir an der einen oder anderen Stelle schon mal den Arsch gerettet hat. Beispielsweise, du fährst ein Endorrennen mit deinen Kumpels oder du sitzt mit deinen Kumpels abends im Discord und du willst sprechen auf deinem Lenkrad legen, weil du hast halt zwischendurch so kleine Aussetzer und gehst ein bisschen auf Mountainbike, aber möchtest halt nicht, dass deine Kumpels diese Seite von dir kennenlernen. Dann versuchst du, diesen Button hier zu belegen auf deinem Lenkrad und das funktioniert nicht, weil Discord das nicht erkennt. Da hat SimHub ein unfassbar geiles Feature und das findest du unter Controls und Events. Und das hier ist auch wieder nur die Oberfläche, das ist noch viel, 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 viel mächtiger. Sagen wir jetzt einfach mal, du möchtest die Taste Z. Dann kannst du hier unter Keyboard Emulation das Z rein donnern. Da kannst du hier vorne sagen, Click to Config, also dass du das machst, dass du den Input wählen willst, dann drückst du diesen Button, dann wird dieser Button erkannt und dann kannst du hier sehen, dass das funktioniert. Also dass du einen Keyboard Input hast und einen Controller Input hast, dann sagst du Save und jetzt jedes Mal, wenn du diesen Knopf hier drücken würdest am Lenkrad, emuliert die Taste Z. Das heißt, du könntest jetzt Push to Talk auf Z legen und dann macht er die ganze Zeit ein Los. Um das jetzt kurz mal zu zeigen, dass er das auch tut, gehen wir in den Editor rein und wir gehen jetzt hier einfach mal in dieses File. Ich öffne mal ein neues File, neue Registerkorde und jetzt drücke ich die Taste und dann siehst du, dass da Z rauskommt. Das heißt also, du hast auch mit SimHub die Möglichkeit, noch ganz viele kleine Probleme, die sich über die Zeit entwickeln, zu lösen, indem du SimHub nutzt als Brücke sozusagen, um was anderes am Ende rauszukriegen aus dem, was du hier machst. Und wie ich gerade schon sagte, das ist hier nur die Oberfläche. Wir können jetzt bei Controls, können wir noch so viel andere Sachen machen. Wenn ihr euch da reinwursten wollt, ihr könnt hier einfach noch Lautstärken einstellen für, also ihr könnt damit eure Lautstärke regeln beispielsweise. Ihr habt die Möglichkeit noch an den Grafiksetting, ihr könnt hier wirklich alles mögliche Zeug mitmachen. Um mal einen Eindruck zu kriegen von den Sachen, die dort jetzt auf der rechten Seite hier auftauchen, würde ich euch empfehlen, euch das Video anzuschauen zu meiner Startsequenz vom Lenkrad, weil dort habe ich diese Parameter nämlich benutzt im oberflächlichen Sinne. Und ich kann euch da an der Stelle auch am Ende nochmal ans Herz legen, schaut mal bei uns im Discord rein. Da sind ein paar Leute, die sind in SimHub noch viel, viel, viel tiefer drin, als ich das bin. Also ich kratze hier mit dem, was ich euch gerade zeige, wirklich nur an der Oberfläche. Und das sind auch nur so Dinge, die ich über die letzten Jahre rausgefunden habe, die mir dabei geholfen haben. Wenn ich jetzt aber daran denke, dass man mit SimHub beispielsweise noch einen Windsimulator machen könnte, der dir emuliert, wie schnell du fährst. Du kannst hier mit SimHub dein Licht ansteuern. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon mal bei dem einen oder anderen Content Creator gesehen oder bei euren Freunden, wo oben Lampen drinnen hängen im Auto und die sich verändern zum Fahren. Also dass das reagiert auf das Fahren in drinnen. Auch das kannst du mit SimHub realisieren. Du hast also die Möglichkeit, damit super, super viel zu machen. Jetzt möchte ich aber an der Stelle noch da draußen die ganzen erfahrenen Leute fragen. Was wären denn so Dinge, die SimHub für euch ausmacht, wo ihr sagt, ja, das war einfach total fantastisch. Das ist so ein Feature, das finde ich richtig geil. Weil so könnt ihr uns mal den Finger darauf zeigen, wo wir eventuell noch hingucken könnten, was man noch so Schönes damit machen kann beziehungsweise was man noch so Schönes finden kann. Denn am Ende sind wir mal ehrlich, viele von uns fahren nicht einfach nur, viele von uns basteln auch einfach super gerne und fummeln mit dem ganzen Zeug hier rum. Und das wäre cool, wenn wir da mal eine riesige Liste finden mit Dingen, wo wir noch mal reingucken könnten, was das denn alles noch so für uns vorbereitet hat hinter den Türen. Denn ich weiß auch nicht alles und ich habe auch nur ein paar Sachen schon gesehen und kennengelernt. Und selbst ich würde gerne noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, wenn es dann nachher auch darum geht, ein paar Sachen selber zu schreiben und zu, ich sage mal, in Anführungsstrichen entwickeln. Also lasst uns doch da mal in den Kommentaren drüber schreiben. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir das Video angesehen hast. Ich hoffe, du konntest einen kleinen Überblick davon kriegen, wie mächtig denn SimHub ist. Die ganzen Links findest du in der Videobeschreibung für SimHub selber, wo du es downloaden kannst. Für Lovely Dash schicke ich dir auch einen Link unten rein. und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im Livestream oder wir sehen uns mal auf den sozialen Medien. Das ist auch eine Möglichkeit. Instagram bin ich sehr, sehr aktiv und wünsche dir einen schönen Tag. Poste rein. Ciao. Kakao. 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 Kakao.